Jo, was geht? Neues Video. Wir sind heute in Waldkreiburg und wir haben heute das 50-jährige Jubiläum. Deswegen haben wir jetzt natürlich zwei Airtracks. Wir haben einen Minitramp. Das wird sicher eine Gaude. Wir sehen uns gleich auf irgendeinem Kunst-Tourenstück. Auf irgendeinem Kunst-Tourenstück. Hau's rein. Was euch der Ossi sagen möchte, wir dürfen heute eine Show springen für die ganzen Waldkreiburger auf unserem kleinen Festchen. Er hat schon gezeigt, was wir hier so haben. Wir werden uns ein bisschen warm machen. Springen vom Airtrack und dem Minitramp ins Volleyballfeld. Ich bin gespannt, was wir hier so sehen werden. Vielleicht gibt es eine kleine Challenge, vielleicht auch nicht. Ja, wir starten jetzt mal ganz chillig mit einer Radweine, Backflip und so weiter und schauen, ob das geht. Ohne Schraube? Ja, erst mal ohne Schraube, später dann mit Schraube. Wow. Hier geht nichts vor. Thomas, jetzt wollen wir aber auch was von dir sehen. Ja, das ist so besser. Was sollte das werden? Keine Gefahr. Keine Gefahr. Backflip mit Schraube. Was meinst du, zwei Schrauben sind drin? Oh, Backflip mit zwei Schrauben. Sollte drin sein, wir probieren's. Let's go. Nee, haut rein. Das gehört mit Gefühl. Habt ihr das gespürt? Ich nicht. Okay. Waren es mit zwei Schrauben mal zufrieden, bin ich nicht. Der muss besser gehen. Ich zeige jetzt Stefan mal, wie das geht. Perfekte Ausführung. Zehn gestreckt. Und eine Schraube mehr. Der war gut. Naja, also perfekt war er nicht. Ich hab ja auch nicht gesagt perfekt, ich hab gesagt, der war gut. Ich hab jetzt das T-Shirt ausgezogen, jetzt geht glaube ich was. Ich versuche, äh, Vorwärts-Halt-Hoch-Abwände, Flickflack und ein Backflip. Hoge-wilde Kombination. Ja, es hat funktioniert. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr anstrengend, einen Flickflack in den Sand zu machen, weil man doch deutlich einsinkt. Aber ja, ich bin zufrieden mit der kleinen Kombo hier. Oh! Also was machst du jetzt? Das war jetzt gleich ein Barani vom Airtrack ins Oliverfeld und dann mindestens einen Backflip. Go, go, go! Sieht einfacher aus, als es ist, oder Stefan? Das ist überhaupt nicht einfach, es ist so schwer. Also der erste, nach dem Barani geht, noch einmal Schwung hat, aber nach dem zweiten dann immer wieder Schwung zu kriegen, ist so schwer. Oh mein Gott! Filmen kann ich! Wir starten jetzt mit der Minitram Session, Stefan hat's scheinbar noch nicht verstanden. Lass uns überraschen, was hier so gehen wird. Vielleicht gibt es hier eine kleine Weitsprung-Challenge. Osama fängt an. Thomas, sendet! Alles voller Sand! Wow, Double Front! Richtig gut gelandet! Ah, auch den Rudi. Randy, was meinst du? Oh, schwierig. Noch eine Schraube mehr? Ich probiere es. Oh, Double Full! Sehr schön. Ich war so langsam mit dem Schrauben. Ich hatte richtig Angst, dass ich mit dem Salter drüber fliege. Und genau so ist es passiert. Oh, sah aus, als wäre der große Gefahr. Tut mir ein bisschen weh. Mach lieber nicht wieder. Oh, Fliffes! Doppel vorwärts, halbe Schraube. Sehr schöne Ausführung. Jetzt würde ich sagen, starten wir eine kleine Challenge. Wer am weitesten springen kann, natürlich mit Salto. Egal ob Vorwärtssalto, Sideflip, ist wurscht. Oder Rückwärtssalto. Rückwärtssalto auch gern gesehen. Ich mache es nicht. Jeder hat nur einen Versuch. Das heißt, jeder hat nur einen Versuch. Osama mit seinem Versuch. Da! Es wird ab der Stelle gemessen, wo das letzte Körperteil aufkommt. Bei Osama war es zum Beispiel der Arm. Ja, genau! Genau gleich weit. Ja, war ganz okay. Stefan hier, die Jungs hier. Entweder ist Stefan extrem gut oder wir aber nur sehr schlecht. Als nächstes Thomas. Sehr langer Anlauf. Oh, oh! Oh, sehr schön! Nach langen Berechnungen, ich habe natürlich studiert, würde ich sagen, dass Thomas und Stefan im Endeffekt ziemlich gleich weit waren. Oh, die Landung nicht optimal. Was sagt Kampfrichter Ossi? Leider tatsächlich die Hände der Arsch waren hinten auf der Linie von Thomas und von Stefan. Aber ich habe nochmal nachgerechnet, Stefan war ein bisschen weiter. Ich habe mich verschätzt. Kann den Besten für Sie. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich bin der Letzte. Aber die Letten werden die Ersten sein. Also go! Oh! Zwischen Thomas und Stefan. Sehr, sehr lustige Challenge. Wir bauen wieder ab, werden uns dann langsam zum Sprungbecken begeben und so ein bisschen auf die Show vorbereiten. Einen kleinen Ablauf planen. Wir wissen noch nicht wirklich genau, wer, wie, wo, wann was springt. Deswegen gibt es da eine kleine Besprechung. Es sind noch deutlich mehr Jungs am Start, also nicht nur wir hier. Stefan und ich sind auf 10 Meter lang gekommen. Im Hintergrund der Kran. Ist auf jeden Fall eine Premiere für uns, dass wir mal eine Hebebühne bzw. einen kleinen Kran im Waldbad haben. Dickes Dankeschön an den Förderverein. Für uns geht es jetzt gleich los. Wir haben die Besprechung abgehalten. Sind eigentlich alle ready. Mini-Tramp steht schon auf dem Zehner oben. Dicken Shoutout an alle Jungs, die heute am Start sind. Wir sind auf der Maximalhöhe angekommen. Laut dem Gerät sind es 21,4 Meter. Eine gute Höhe, würde ich sagen. Allerdings sehr, sehr wackelige Geschichte. Ich bin gespannt, wer von den Jungs sich hier runterwagen wird. Natürlich kann man auch vor ein bisschen niedriger abspringen. Hier nochmal im Verhältnis. Sehr, sehr gut zu sehen, wie hoch man eigentlich ist. Ich bin über den Jungs wieder zu binden. Und ich bin bereit. So I'm climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it. Wie hat sich da angefühlt? Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. 1 zu 3 ging es schon gut ab. Wir haben sehr, sehr viele Quads, Triples, viele Schrauben gesehen. Unglaubliche Tricks. Jetzt geht es langsam hoch auf die Plattform. Schauen wir mal, dass da so geht. Bis zum nächsten Mal. 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 Nehme ich schon mal vorweg. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Schreibt es in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Habt ihr das gespürt? Habt ihr das gespürt? Ich nicht. Informatrien 갑 salvar. Tschüss. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal.